Er kann keine Punkte mehr selbst machen, denn die Regeln sagen ganz klar, man muss mit dem Wagen fahren, um Punkte zu bekommen. Aber er kann natürlich noch die anderen ärgern. So, wie wird dieses Knäuel gleich aufgelöst? Wer wird auch gleich schnell? Ganz einfach mal rein. Und zerlegt diesen Influss an, dass er jetzt wird. Das geht auch mal mit dem Vertrag, der jetzt hier mit einem Besucher ist es auf dem Auto rein und hat gestanden. Boah, jetzt sehen Sie, was ist denn jeder da durchgegangen? Der versucht dann natürlich runterzukommen. Nee, die werden hinten mitgeschnitten und da wird jetzt der Gummi. Also da wird es jetzt ein wirklich schöner Vollbummi riechen auf dieser Piste. Und jetzt ist auch mal Stefan hinten so ein bisschen reingefahren. Eigentlich ist das Zugfahrzeug tabu bei diesem Wohnwagenrennen. Man muss natürlich erstmal wieder wirklich rauskommen. Also, Thomas Schüllermann ist unterwegs hinten bei Stefan Raddorf.